Hey Leute, Willkommen zu Anna und Skybox mit Primmelchen. Hi. Der Typ mit der geilen Stimme. Moin. Das sage ich immer noch viel zu selten. Stimmt. Ah stimmt, ich glaube hier war noch ein Christoph. Genau. Okay, mein Start ist okay. Aber jetzt auch nicht gut. Ich kann mir noch Sachen machen. Ist hier eine Workbench, Anna? Ich habe hier eine gemacht. Dankeschön. Auch wenn die nicht für mich war, ursprünglich. Aber egal. Es sind zwei Eisen. Ja. Waren wir da hin? Ja, ich baue uns schon mal rüber. Okay, oder baue du? Okay, dann baue ich. Einmal in meinem Leben, wo ich nicht bauen muss. Oh, da baut sich auch hoch. Der Steinbock. Der Steinbock. Steinbock 1. Oh, er kommt. Was? Was war das? Ich dachte, er haut mich runter. Ich wollte den Koffer pläten, aber dann wurde ich nicht zurückgewackt. Hä? Ja, wow. Okay, ich gehe schnell aufs nächste Team und gehe sterben. Weil ich von deren Stuff sehe. Kannst du? Mhm. Musst du an dich glauben. Siehst du? Oh. Das war, weil du an mich geglaubt hast. Oh mein Gott. Ja, jetzt verbrennt der Stuff. Oh ich doch. Oh. Ernsthaft? Das war's dann. Als ob ich jetzt so gestorben bin. Als A. Hey Leute. Also wir in der zweiten Runde. Jo, wir kommen bei der zweiten Runde. Zusammen mit Zra. Und Prim. Der Prim und so. Leute, ihr müsst wissen. Irgendwie schreiben voll Kile Mountain. Mein Name falsch. Und vergessen einfach das A. Dann steht da nur Zra. Der hat ein Pferd. Was ist denn da hinten da? Oh, hast du noch Sachen für mich? M-m-m. M-m-m. Was bringt ein Pferd in Skywars? Ja, die haben Bock zu reiten. Jetzt habe ich es geklaut. Oh. Ich habe mich mit dem Pferd runtergenockt. Ich bin jetzt auf unserer Insel wieder, weil der Typ da ist. Da ist er auf dem Bohm. Auf dem Bohm. Auf dem Bohm. Den hole ich mir. Oh mein Gott. Er hat mich bekommen. Das war mit dem Knochen. Der ist doch voll der OP-Knochen. Ah! Scheißhunde, Alter. Lass mich doch. Hallo. Ich will mein Pferd nicht für euch racen. Oh, wie süß. Jetzt kannst du die zählen. Da ist ein großer Hund. Du bist jetzt meiner. Und da auf dem Weg ist noch einer, ne? Ah. Der guckt dich so böse an. Guck mich an, los. Top. Jetzt hol die den. Den kenn ich. Ah, da war ein Schneeball. Mein Hund, warum tust du nichts? Anti-Mate. Der guckt dich an. Ich glaub. Dog.exe Stop Working. Mann, Sarah. Ich bin schon zu Hause rum runtergefallen. Mhm. Hallwandtracks mit Team. Nein. Nicht Team. Ich bin im Zwiespalt. Oh, ich war grad weg, als ich mal getötet hab. Hä? Was sind das für Runden? Moin. Na? Na? Und die heute noch schönes vor? Aufnehmen mit Bay. Du auch? Tja, mir ist das gemeint. Ich weiß. Okay, das schneid ich raus. Und das war schon eine nächste Runde. Das bleibt sowas von drin. Nein, das muss ich rausschneiden. Das kommt sowas von den Insta-Story. Das mach ich mir noch Feinde. Grüße gerade an Paul. Ich war auch schon rüber übrigens. Ruf da. Mach kein Auge. Er brennt ein bisschen. Oh, guck mal, was ist das für ein komisches Skin? Ja. Guck mal, das schlägt. Das ist schon so. Auskritten. Nice. Geil. Hast du Stuff? Ja. Wenn du Lieb fragst. Geil. Start bitte Stuff haben. Sehr geehrter Herr Prim. Hast du eigentlich Food für mich? Wenn du Lieb fragst? Könnten sie mir etwas vor... Ah ne, ich hab Steak gefunden. Ah ne, ich hab das halt selber. Tschüss. Guck, ich hab hier was für dich. Oh. Egal, ich schlürf die doch mal. Lass mal nicht so hoch bei uns schlagen die uns direkt runter. Komm mal auf den Baum. Alles gut. Achtung. Oh, siehste? Alles safe. Alter, ich bin erschrocken. Oh mein Gott. Alles safe. Ich bin tot. Nein, ich bin tot. Auf einmal war ich weg vom Fenster. Auf einmal. Hab ich meine Peek? Ah, das hab ich. Kein Ding. So, jetzt machst du aber Boom. Oh Gott. Der stimmt wahrscheinlich schon so. Oh. Kommst du aber runter? Ja. Ja, doch. Oh. Du Tier. Also, schnell in die Mitte gehen, weil da sind jetzt zwei Zweierteams. Die hole ich jetzt. Dann kannst du abstauben. Dann kann ich abstauben. Die anderen haben echt elendigen Stuff. So, drauf da. Und die kämpfen jetzt. Oh. Er lässt seinen Mate so richtig alleine. Oh. Mein Mate ist gerade im Kampf. Jetzt kommt er richtig. Ich traue hier unten. Jetzt kommt er auch mal. Oh. Geil. Prime. Ja, das bin ich. Oh. Prim. Prim. Das ist rar. Ah. 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 Okay. Oh. Steinbock 1 wieder. Oh. Diesmal nicht, Freundchen. Hat auf jeden Fall richtig gut geklappt. Jetzt ist aber Schluss mit Lust und Stick. Oh mein Gott. Die haben ja echt so eine Scheiß-Stuff. Und die wollen sich gerade selbst umbringen aus deren Ziel. Ey, jetzt kannst du den einen töten. Sag, aber du hast den Joke nicht gehört. Nee. Schade. Tut mir leid. Egal. Ich hoffe, man hört den in der Aufnahme. War es ein Minecraft-Joke? Dann... Ja. Das war wirklich ein Minecraft-Joke. Oh Gott. Dann sei froh. Egal. Das heißt in der Aufnahme. Mhm. 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 Guck dir die an. Gemürzel. Oh. Oh Gott. Ja, okay. Die bekommst du. Das ist viel geiler in Star. Ne, ich bin halt auch geil. Oh, nice. Oh, nice. GG. Und das war auch schon in der letzten Runde. Mit Zrar. Ich habe gerade nicht existiert. So. Ups. Kommen sie. Ah, okay. Ich bin vor dir. Erster. Es ist nicht immer gut, Erster zu sein. Scheiße, stimmt. Ehre zernommen. Ich werde sterben, ne? Okay. Danke. Nein. Du noch nicht. Isa muss sich schon wegwerfen. Ah! Weg, 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 weg! Grimm! Hab ihn. Alles safe. Zwei Herzen. Easy. Oh, ich habe mein ganzes Ziel gewastet. Da kommen welche zu uns. Oh Gott. Er hat das Suppen-Kit. Hat er? Er hat's. Oh man. Was macht der da unten? Ich habe vier Herzen, ne? Wir können nicht campen. Ja, ich brauche mich mal an ihm vorbei und klatsche mal sein Maid an. Sein Maid Brent. Ich habe sein Maid. Oh nein, er hat einen Kopf abgesetzt. Er hatte ein Halbherzen. Ernsthaft. Wuhuhuhu. Ich habe ihn abgestopft. Das hast du toll gemacht. Primm. Danke. Danke, Zrah. So, wo ist dein Villno? Villno ist einfach... Er farmt gerade Eisen. Ach so. Villno ist jetzt auch mal oben. Er hat sich gleich noch in den Ofen und schmilzt es erstmal. Ne, er baut sich jetzt gerade erstmal in die Mitte. Er ist jetzt in der Mittelinsel und blutet gleich die Kiste. In der Mittelinsel? Da hinten! Wie er schon läuft. So goldig einfach. Oh. Du musst dich jetzt beeilen, weil meine Kamera bei 16 Minuten irgendwas immer aufhört aufzunehmen. Und wie viel sind wir? 16,22. Oh. 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 Das macht der auch vor allem. Hä? Der macht nichts. Du kannst ruhig runter gehen. Er baut sich gerade runter. Meine Kameras ausgegangen. Jawohl. Er will mich träumen. Aber das ist ja ernsthaft so. Ist einfach ein Bot. Oh Gott. Auf jeden Fall, Leute. War es das mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst nur positive Bewertungen. Da schaut bei Prim vorbei. Tschüss. Ciao. Okay, reicht.